Hallo und willkommen, ich begrüße euch zur 10. Folge vom Tonangeber. Ihr wisst, was heute als Programm ansteht, denn es ist eure Sendung. Eure Wünsche werden heute sozusagen befriedigt. Ihr seid der Tonangeber, ich nur euer Plattenaufleger sozusagen. Ja, und da waren wirklich spannende und skurrile, interessante Sachen dabei, die ihr euch gewünscht habt, unter anderem eine Truppe von 8 bis 10 Jahren. Ja, und der Klaus kümmert sich heute um die neue CD von Ariel Pink mit dem Titel Pom Pom. Und natürlich ist auch die Tonne wieder mit dabei, obwohl es ja heute eine besondere Sendung ist, aber so viel Zeit muss sein. Ja, und da ist mir was Erstaunliches untergekommen. So ein junger Mann mit dieser aktuellen CD nimmt sich doch tatsächlich Anzüglichkeiten sexueller Natur gegenüber meiner Mutter heraus. Das alles und mehr auf Massengeschmack, natürlich in HD und auch als Podcast. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf euch.